Vielen Dank, Alvaro. Gracias, gracias. Was soll das überhaupt? Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich musste, glaube ich, so Gerechtigkeit. Ich habe gesehen, du hast voll auf Lena und dann dachte ich, dann muss ich mich ins Mudo. Ich dachte, wir sind zu dritt eine Allianz gegen die Fans. Was hast du an Valianz nicht verstanden, Alvaro? Was hast du an Valianz nicht verstanden? Ich habe sie vergessen. Und dann, ich stehe da oben und singe. Das war wirklich schön. Und singe das ganze Ariel-Lied. Das ist mir echt auch voll angenehm. Ich habe das ganze Ariel-Lied gesungen. Das war schön. Das war schön. Das war Ariel-Lied. Und du? Das war super schön. Und du? Aber... Ariel!